Willkommen zurück zu SFS Ideas. Willkommen zu einem neuen Video. Willkommen zu einer neuen Idee. Und diese hier ist vielleicht ein bisschen kontrovers. Und zwar ein neues Feature für die Cheats-Expansion. Und zwar Auto-Orbit oder Auto-Orbit beziehungsweise automatischer Erdorbit, wenn man es so sagen möchte. Im Grunde eine Option, ja, in den Einstellungen, wo man, beziehungsweise bei den Cheats, wo man das aktivieren kann. Damit kann man automatisch in einen Erdorbit gelangen. Und das seht ihr dann hier, ja, mit so einem zusätzlichen Knopf, der dann halt erscheint, wenn man diese Option aktiviert hat. Und zusammen mit dem allerersten Prototypen, könnte man sagen, von meiner Mikro-ROM-Station. Ja, so hat sie ganz am Anfang ausgesehen. Und das war auch so ziemlich der Grund, warum ich überhaupt erst darüber nachgedacht habe. Ich habe halt viele unterschiedliche Designs gehabt, die ich dann immer wieder ins All gebracht habe, um zu schauen, ob sie denn dazu fähig sind, wozu ich dann am Ende die Mikro-ROM-Station ja auch verwendet habe. Nämlich Sachen von einem Planeten zum anderen zu bringen, beziehungsweise auch zum Mond. Und dementsprechend war es ziemlich nervig, das andauernd ins All zu bringen. Und dann dachte ich halt eben, warum kann man nicht da aus dem Cheat machen, ja, dass man automatisch ins All gelangt. Und wenn man halt auf den Knopf drückt, dann sieht das so aus. Ich weiß es jetzt hier auf Englisch. Ich übersetze es einfach mal auf Deutsch. Also deine Rakete wird in ein Orbit mit der Höhe von 35 Kilometern gesetzt. Möchtest du es machen? Ja, nein. Und dann kann man das halt eben benutzen, um einfach in ein Orbit von 35 Kilometern Höhe gesetzt zu werden. Quasi das gesamte Baufeld wird dann einfach im All gespawnt. Und das sieht dann dementsprechend so aus. Also wir haben hier die Höhe 35 Kilometer. Geschwindigkeit sind jetzt hier fast 1600, 1700 Meter pro Sekunde. So ungefähr. Ja, eben in einem kreisförmigen, perfekten Orbit. Wo man dann halt alles Mögliche ausprobieren kann. Ich weiß, das untergräbt quasi so ein bisschen das Ziel des Spiels, ja. Es geht ja im Grunde darum, dass man Raketen baut und ins All damit fliegt und Sachen damit macht. Aber ich habe damit ja meine YouTube-Serie SFS Colony gemacht. Dementsprechend ist da viel hinter der Leinwand passiert, welches ihr gar nicht gesehen habt. Dementsprechend wäre es zumindest für mich relativ nützlich gewesen, das einfach ein bisschen beschleunigen zu können. Dass es halt nicht jedes Mal ins All gebracht werden muss, um zu schauen, was die Mikroraumstation bzw. die MS Colony überhaupt schafft. Dementsprechend habe ich darüber halt nachgedacht. Und da haben wir halt hier nochmal eine weitere Ansicht von der Raumstation selber im All dann. Genau. Also, was denkt ihr darüber? Ist das auch kontrovers? Denkt ihr, das sollte nicht hinzugefügt werden? Oder vielleicht doch? Keine Ahnung. Schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare. Und wenn ihr weitere Ideen habt, dann schreibt ihr die auch mal da rein. Ansonsten war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.